So, jetzt sind wir auch hier endlich beim letzten und beim vierten Advent von diesen Jahren gekommen, da haben wir uns überlegt, weil wir jetzt drei Lichtel rausgehauen haben und es dann insgesamt jetzt, äh, vier waren, haben wir jetzt nochmal die Gesamtform raus, nämlich in Skilabra und wenn wir uns gedacht haben, vierter Advent, und wir nennen uns zu Weihnachten haben wir noch uns überlegt, haben wir noch einen Schein, die Glurak obendrauf und dann, würde ich sagen, kann das alles sagen, ich weiß jetzt, da haben wir einen Glurak Y und Glurak X raus oder, naja, das kann ich selber aussuchen, ich meine, egal. Steine hat man doch 100 pro, also, ja, ja, von daher würde ich sagen, verlassen wir wieder zwei an Einzelne, schreibt wieder in den Kommentaren, welche ihr haben wollt und dann, äh, losen wir wieder aus und dann gewinnt ihr einfach irgendeins. Alles klar. Bis dann. Adios, bis dann.